So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Killzone. Und ja, wir sind jetzt hier in der zweiten Folge angelangt. Das ist die letzte Folge, wo wir Schutzzeit haben. Und dann werden wir doch mal sehen, was sich heute so ergibt. Letzte Folge warst du ja ein bisschen leise. Bist du heute lauter? Bist du? Ja, ich bin Nickers. Das ist gut. Gut, dann würde ich sagen, unser Eisen ist fertig. Das ist gut. Dann gucken wir doch mal, was wir uns aus unserem Eisen machen können, was du nicht hast. Noch, noch lauter. Mal gucken, was wir uns aus dem Eisen machen können. Davor habe ich verzaubert, du dir Rüstung, du nicht. Toll für dich. Haha. Ich habe, was habe ich denn eigentlich? Ich habe, ja, ich habe ein Haus. Ein Haus, wo ich gerade eine Wand rausgerissen habe, weil ich mir sonst keine Stücke craften kann. Sehr gerade zufälligerweise deinen Namen. Ich auch. Und wenn du jetzt herkommst, dann lasse ich dich mit einem Sword. Das darfst du ja nicht. Ich weiß. Ich mache es aber trotzdem. Etwas mache ich nicht. Aber, ähm. Ah, mein Dachkar, was du das finden. Dann kann man. Ich gehe mir mal kurz ein paar Pfeile holen, wenn du nichts dagegen hast, weil da drüben ist nämlich ein Skelett, das würde ich ganz gerne mal natzen. Aber ich glaube, ich nehme erst mal mein Angstwort. Oh, das Skelett ist gerade elendig korrekt. Na gut. Hallo, ihren... Hallo, äh... Hallo, Endermann. Ui. Endermann, du machst ein komisches Geräusch. Gott, der Fisch. Das hört sich so an wie bei Slender. Er tut mir Gott, wenn er so ein Geräusch machen. Doch, der macht so ein Geräusch. Oh, geil. Jetzt kann ich versuchen, endlich mal Eisen zu kriegen. Versuch du mal, endlich mal Eisen zu kriegen. Ja, Eisen! Echt? Ja! Geil! Yes! Was muss ich jetzt noch drin? Das braucht noch Wasser. Ich weiß schon, was du brauchst. Ja, einfach. Oh, dieses scheiß Wasser, ne? Geh doch mal weg. Nervst. Oh, das war gerade mein Stornpick jetzt. Ich muss es noch... Deine Stornpick jetzt ist verreckt. Die Arme. Dann noch mal Stornpick-Eggs. Hast du nicht Mitleid mit ihr? Nein. Gar keins? Nein. Böser Mensch. Was willst du eigentlich? Nein, Spaß. Ähm... Alter, ich will eigentlich mal Brennöl. Brennöl, das heißt Kohle, Alter. Kohle, das... Warte mal. Ach, ich sehe deinen Namen gerade. Ich krab mich mal kurz zu dir rüber und sage dir Hallo, ne? Ja, okay. Lacht doch. Mach ich so. Alter, ich brauchst es so. Ich brauchst es für den Tüchstern gar nicht mal. Oh, das wird schon wieder dunkel. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist nervig. Es soll aufhören, dunkel zu werden. So ein Kack. So ein Kack, so ein Kack, so ein Kack, so ein Kack. Nein, nicht dunkel werden, nicht dunkel werden. Ich brauche Holz. Was? So... Oh, aufhören, hör auf dunkel zu werden. Oh shit, ich muss wieder in meinen Bunker zurück. Sprinten. Scheiße, es ist Hunger verbrauchen. Egal. Äh, einfach mit Cobblestone zubauen. Ich bin gerade etwas verzweifelt. Gut. Ähm... Crafting-Table. Holz, Holz, Holz. Torch. Sticks. Mehr Torchs. Gut. Ich, äh... Ich mach mich mal wieder in den Untergrund, ne? Ciao. Ja, viel Spaß. Danke. Ich schick dir eine Postkarte aus dem Untergrund. Ja, natürlich. Ich kleb sie an mein entschandetes Dierschwert. Alter, mit den ganzen entschandeten Sachen hier. Ich brauch jetzt noch was, um das zu verbrennen. Ich brauch Kohle. Yeah. Alter, ich will Kohle. Ich nicht. Ich hab welche. Ja, wir wissen es jetzt alle. Ja, das stimmt. Das stimmt sogar, dass wir es alle wissen. Ja, finde ich immer... Das kann doch nicht sein. Doch, es kann. Nur Stein gibt's hier. Keine Kohle. Oh, ich hab noch mehr Eisen gefunden. Ich habe fünf Eisen. Ich habe... Gleich hab ich wirklich 14 Eisen. Ich brauch mal Kohle. Jetzt hab ich insgesamt... Kohle, Kohle, nichts. Insgesamt hab ich jetzt... Wie kann man mit so einer großen Miene nur keine Kohle finden? Ich hab jetzt zwölf Eisen. Ja, super. Falls es dich interessiert. Gibt's recht noch mehr Eisen. Ja, 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 ja. Jetzt kommen die Ausreden. Ja, was ist denn? Spaß. Na, verdammt. Ey, das soll doch gar nicht sein, oder? Das gibt doch gar nichts. Das geht schon. Aber Kohle ist eigentlich jetzt nicht so das seltenste Material. Also eigentlich müsste das in deiner Welt sein. Ich bin ja gleich ein Mieter. Ich weiß. Ey, aber guck mal, meine Miene... Alter, das ist so... Ich weiß. Ey, so egal. Ich kann mir jederzeit... Ich weiß. Die lacht nur grad drüber, wie du einfach so am dran bist. Und kein Eisen findest. Ich krieg gleich ein Austraster. Eisen hab ich schon gefunden. Äh, Kohle findest du nicht. Alter, ich hab so eine große Höhle gefunden. Das wär so episch, wenn du jetzt Dias findest, bevor du Kohle hast, um das Eisen zu brennen. Das wär so geil. Stell dir's einfach mal vor. Ja, ich brauch Kohle nur zum Verbrennen. Warte mal. Ach, ich kann auch Holz zum Verbrennen sitzen in den Flappen. Das stimmt. Oh, guck mal, ich hab noch mehr Eisen. Ich hab gleich voller Iron. Nee, dann haben wir uns so. Doch, mal voller Ernst. So. Eisen. Es brennt. Geht doch ohne Kohle. Oh, cool. Äh, Patrick, Zeit. Um wie viel Uhr haben wir die letzte Folge gestoppt? Oh, fuck. Äh. Sag mal, wie viel. Okay, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie lange jetzt die Folge schon geht. Nee, das bringt eigentlich nichts, aber egal. Ähm. Ich geh jetzt einfach wieder hoch und brenn mein Eisen. Alter, wie... Na gut, Eisen hab ich jetzt auch schon gefunden, aber... Könnte etwas dauern. Ich hab mich bis zum Bett rekonten können. Oh, geil, noch mehr Eisen. Cool. Willkommen im Club. Oh, geil, noch mehr Eisen. Oh, nicht gerade wenig. Ich hab auch nicht gerade wenig. Ja, aber es geht Brennöl halt. Ich meinte, Kohle. Mhm. Ich hab keine Kohle. Kohle, 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 Kohle. Äh, Alter, ich hab halt schon 10 Eisen und doch keine Kohle. Lol. Gibt's aber mehr Eisen als Kohle. Das stimmt. Übrigens, du solltest versuchen, alles Zeug, was dir wichtig ist, mit dir rumzuschleppen, weil man darf nämlich was klauen in dem Projekt. Ach, ich auch. Gut, dann, ähm... Das Stein brauch ich eigentlich gar nicht. Brauch ich so viel Stein. Ich hab schon überflüssig viel Stein. Hast du überflüssig viel Stein? Du kannst mir den Stein gerne schenken. Also ich hab nicht so viel überflüssig Stein. Doch, ich hab überflüssig viel Stein. Du kannst ja haben, ich brauch's nicht. Ich bin so voll, um mir eine Kiste zu bauen, weil es Holz zu finden. Mhm. Ich baue mir mal ein bisschen Rüstung, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Gut. Get dragged. Ich glaub, ich finde eh kein... Die ja... Wieso nicht? Wir haben jetzt kaum noch Zeit. Ja, das stimmt. Oh man, wenn man mal in diesem Aufnahmeprogramm mal sehen würde, wie viel Zeit man noch hat. Das wär übelst praktisch, aber so... Ich hab viel zu viel Stein. Und gar keine Kohle. Hast du das? Ja. Wie viel Eisen hab ich denn? Ich brauch noch ein bisschen was für Schuhe. Ich glaub, ich mach mir erstmal ein Chessplate. Nee, es ist Nacht. Ich bin grad oben. Ja. Ich geh mal weg. Weit weg. Far, far away from me. So far, I just can't say that. Da ist mir Spaß. Ich brauch Essen. Ich hab Hunger. Ah ja, mach. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Nee, ich tue nur so. Mach so, du tust nur so. Ach, ein Huhn. Ein Huhn. So, ich hab jetzt auch noch eine Chessplate. Wenn man Eisen fertig geschmolzen ist, müssen wir die Folge beenden. Sonst wird die wieder zu lang. Mhm. Obwohl, die letzte war auch nicht zu lang. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel Zeit wir haben. Gut, dann töte du mal deinen Huhn und dann beenden wir die Folge. Hast du deinen Huhn? Jetzt hab ich es. Ich will noch Essen. Ganz ruhig. Komm, das dauert nur. Ganz kurz. Ganz kurz dauert das mal. Okay. Ich hab Zeit. So, hab vergessen. Gut, okay, dann würde ich sagen, das war's für die zweite Folge von Minecraft Killzone. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann schaut euch bis zum nächsten Mal. LeuptokTV. Ciao.